Ich werde so viel TNT holen, um deinen ganzen Berg wegzusprengen. Dein Berg wird nicht mehr existieren. Ich will einfach, dass du der alte I-Cry-Max wieder wirst. Ja, und das werde ich, wenn du meinen Hund jetzt killst oder was? Und ich will, dass du dich entschuldigst, was du gemacht hast und will, dass du für den Schaden aufkommst, den du Blackjack und den Scheißsack-Gütern zu verantworten hast. Okay, ich gebe dir einen Stack Cobblestone, um für eure Base zu reparieren. Ist ja also wunderschön. Ja, boah, das ist doch auskommst du auf euren Müllhaus. Bro, du hast mich eliminiert, ich habe Level verloren, Blackjack zweimal eliminiert, der hat auch 30 Level. Wir haben Rüstung verloren, alles. Das ist drei Minuten in der Level-Farm, Digger. Dann gib mir doch alles wieder, Bro, ich werde dir alles aufbissen, dann gib uns das wieder. Bro, ich habe doch nicht mal eine Sache von euch genommen. Ey, Stani, wenn du Mr. Berger noch einmal schlägst, werde ich schießen. Ganz viel. Bro, du hast gerade, du hast gerade meinen Hund geschlagen.